hallo leute und willkommen hier bei me applecat ja brandheiße news zu ios 13 die beta 2 ist da und wir schauen mal drüber was es so neues gibt außer hier dieses schicke wallpaper das ist nix von ios 13 habe ich selbst gebastelt ja also was ich aber allgemein sagen kann ios 13 beta 1 war schon sehr sehr buggy da hat er das iphone 7 auf dem ich das hier laufen habe hat sich da echt alt angefühlt stellenweise es war langsam es hat nicht so richtig gut funktioniert ich hatte viele crashes gehabt oder auch mal apps hier zum beispiel dieser body monitor diese app die konnte ich gar nicht öffnen die ist ständig auf dem öffnungsscreen stehen geblieben und jetzt ist die dann hier auch benutzbar und ja lauter kleine verbesserungen an denen apple hier geschraubt hat ja und dann schauen wir uns die mal an eine verbesserung ist zum beispiel wenn ihr eine app löschen wollt und ihr habt für diese app ein abo abgeschlossen also irgendein streaming dienst oder sowas ihr wollt spotify löschen und habt da aber noch das abo aktiviert dann bekommt ihr einen splash screen und dann steht dort dabei hier du hast noch ein abo willst du die app denn wirklich löschen oder kündige das abo mal vorher so als kleine erinnerung das ist doch nett hier in der bildschirmzeit funktion hat man ja die möglichkeit eine auszeit einzustellen das heißt ihr stellt ein wie lange ihr zum beispiel euer gerät nicht benutzen können dürft wollt und oder wie lange zb eure kinder nicht mit dem handy rum spielen können ja ihr könnt das täglich machen oder die tage anpassen uhrzeiten einstellen das kennt man alles schon was aber neu ist wenn ihr jetzt hier sowas einstellt dann überträgt sich das hier auf die apple watch und dann könnt ihr auch die in dieser zeit nicht benutzen ja also dann ist mal hier richtig aus zeit angesagt und nicht hier auf der apple watch rum daddeln das ist auch neu eine neuigkeit haben wir bei dem teilen menü wenn ich jetzt hier mal einfach auf der webseite bin und gehe hier auf teilen dann kann ich hier mal runter scrollen und finde den punkt ganz unten der heißt manage und vorher hieß der mohr und wenn ich da mal drauf gehe habe ich hier die ganzen verschiedenen möglichkeiten was ich teilen kann und vorher musste man erst noch mal auf bearbeiten gehen um das anzupassen und hier seht ihr jetzt hier diese kleinen linien an der seite hier damit kann ich hier sofort meine menüs anpassen und das so verschieben wie ich will ja in den einstellungen wenn wir dort in icloud reingehen also auf unser eigenes konto haben wir hier vorne jetzt icloud stehen und das icloud symbol ist verschwunden keine ahnung ob das so bleiben soll oder nicht oder ob das nur ein bug ist auf jeden fall das symbol ihr seht ja hier bei allen anderen wird was angezeigt das ist verschwunden tja und jetzt wollte ich was in der notizen app zeigen und ja die öffnet sich nicht mehr genauso wie alle anderen apps auf die ich herum tippe da tut sich gar nichts mehr ihr seht beta ist eben noch beta das würde ich im leben nie auf dem gerät installieren dass ich in wirklichkeit jetzt von tag zu tag brauche denn genau solche sachen passieren da hier passiert nämlich mal gerade gar nichts mehr ich kann auch den app switcher reingehen kann aber hier auch gar kein doch hier das kann ich noch schließen ja aber hier vorne die erste seite die kann ich nicht schließen ach das sind lauter problemchen hier so jetzt geht es aber wieder in der notizen app gibt es auch eine neue geschichte die man dort machen kann und zwar wenn man sich dort eine liste anlegt mit punkten die abgehakt werden müssen oder sollen und man ja hakt dann die einzelnen punkte ab was erledigt ist dann hat das sonst immer mittendrin noch gestanden und in dem fall hier wann dann die sachen die erledigt sind einfach nach unten ich zeige es euch mal so hier haben wir mal so eine liste und ich habe einfach mal was ab sagen wir das e das ist abgehakt und ihr seht das wandert dann direkt hier nach unten genauso wie das g abgehakt wandert nach unten die 1 abgehakt wandert nach unten und so wird das dann hier ein bisschen übersichtlicher einfach wenn man gerade wenn man längere listen hat das ist doch gut wenn wir uns die apple karten mal anschauen wir öffnen sie mal dann bekommen wir einen neuen splash screen das heißt einen neuen startbildschirm am allerersten mal wo wir erklärt bekommen was es jetzt gibt hier erkunden durch 3d bildmaterial richtig cool habe ich euch in dem ersten video schon gezeigt könnt ihr euch gerne noch mal anschauen ist hier verlinkt und auch in der video beschreibung in meiner ios 13 playlist favoriten und sammlungen und siri vorschläge ja auch bei der kamera hat sich etwas getan das kann ich euch leider hier nicht zeigen da ich ein iphone 7 habe und das hat dieses feature nicht aber es gibt eine neue funktion ab dem iphone 10 aufwärts und zwar ist das ein neuer monochromer bühnenlichtmodus mit weißem hintergrund wo man diesen faktor wie stark das dann verschwommen sein soll und nicht naja das kann man dann mit zum schieberegler auch noch mal direkt einstellen also neuer bühnenlichtmodus monochrom mit verstellbarem blöreffekt und natürlich gibt es was richtig schönes noch und das sind die neuen animoji sticker da hat apple noch weiter aufgerüstet ihr seht schon was hier alles damit dazugekommen ist man hat viele möglichkeiten hier sogar mit körper und mit der hand und ja also eine ganze menge neue animoji sticker die finde ich richtig schön denn man kann sich da sein animoji basteln und statt smileys dann hier die personalisierten sticker dann verschicken die automatisch erstellt werden finde ich eine echt schöne sache die gefallen mir die dateien app die wurde ja ordentlich aufgebohrt jetzt mit ios 13 und dort gibt es jetzt auch unterstützung für apfs formatierte laufwerke sowie smb server ja jedem them das was sagt er kann sich jetzt freuen die anderen vergessen es einfach einfach mehr funktionen in der dateien app zum managen von externen laufwerken und sowas schön ihr seht ich habe hier ein paar updates im app store und ich zeige euch mal wo man die jetzt finden kann wenn ich ein app store öffne hier unten da gibt es ja kein update bereich mehr da ist jetzt apple arcade untergebracht von daher ist es dort wohl zu eng geworden also finden wir die updates hier oben unter dem account den kann ich aufmachen und mal nach unten scrollen und dann sehe ich jetzt hier die drei apps die ich aktuell aktualisieren könnte und unten drunter auch die die alle schon updates bekommen haben in der letzten zeit also das muss man nur wissen wo man es jetzt findet nicht mehr hier unten in dem reiter sondern hier oben im account wenn ich jetzt mal hier auf einer app einen 3d touch mache also ein bisschen fester drücke dann geht ja hier dieses untermenü auf und hier habe ich jetzt die möglichkeit wenn ein widget vorhanden ist für die app das direkt hier hinzuzufügen dann mache ich widget hinzufügen und da kommen abgehakt da also ein haken dran und wenn ich jetzt hier in die seitenleiste reingehe seht ihr hier unten ist mein notizen widget jetzt untergebracht also ohne dass man immer hier auf bearbeiten geht und muss dann manuell hier das so zufügen kann man das sofort von der app aus machen 3d touch widget vorhanden jawoll widget hinzufügen fertig ist die sache schön schade nur dass 3d touch ja irgendwie verschwindet klar es wird ersetzt durch dieses haptik touch aber also ich habe 3d touch eigentlich immer ganz gerne gehabt wenn man da mal so drauf gehen konnte vor allem hierbei bei den einstellungen um mal schnell zum akku zu kommen zur batterie habe ich das ganz oft immer verwendet naja apple muss halt ein bisschen geld sparen auch hier bei den kurzbefehlen gibt es was neues wenn ich die mal öffne bekommen wir eine leicht andere ansicht das sieht ein bisschen überarbeitet aus und vor allem beim allerersten öffnen bekommt man einen splash screen angezeigt und der sieht so aus neu in kurzbefehle automations gallery und siri ist da mit dabei also bekommt man noch mal eine kurze einführung wenn man das zum ersten mal öffnet ja und das sind so die groben geschichten die mir hier aufgefallen sind bei ios 13 bei der zweiten beta es gibt bestimmt doch eine ganze menge mehr gerade jetzt bei den frühen betas da tut sich ja recht viel alles was ich vergessen habe was mir noch so unterkommt schieben wir dann im nächsten video ein zu ios 13 beta 3 aber natürlich wir schauen noch mal kurz in den geekbench rein den habe ich natürlich wie immer obligatorisch hier drüber laufen lassen und das ist das ergebnis im single core score 3322 punkte und im multi core 6075 nein 6057 ja und bei der beta 1 da sah das so aus 3504 zu 6022 und wenn wir mal vergleichen dann haben wir ja im single core eine ganze menge verloren recht viel aber dafür im multi core ein bisschen gewonnen ja also ich denke mal apple konzentriert sich hier noch nicht allzu sehr auf die performance sondern mehr darauf die ganzen kleinen fehlerchen die ganzen bugs auszubügeln ihr könnt euch vielleicht noch aus dem ersten video erinnern wo ich dieses herein poppende plus hatte immer wenn ich hier eine app auf eine andere ziehen wollte um das so ein ordner zu erstellen auch wenn ich das hier im ordner gemacht habe ja der bug der fehler der ist auch behoben das passiert jetzt hier überhaupt gar nicht mehr auch nicht wenn ich das hier mal machen einen neuen ordner anlege ihr seht das funktioniert jetzt ja wollte ich gerade sagen ganz normal auf jeden fall der fehler ist nicht mehr da aber ich konnte hier keinen ordner anlegen so jetzt hat es funktioniert also ihr seht schon freunde installiert euch einfach die beta nicht es sei denn ihr habt ein zweitgerät und wollte ein bisschen rum experimentieren nie 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 auf euer hauptgerät machen vor allem nicht in so einem ganz frühen stadium so das wäre es gewesen freunde das waren die infos die ich euch geben wollte hier zur neuen beta außer ich zeige es noch kurz so groß war die beta 2630,5 megabyte hier auf meinem iphone 7 so das wäre es aber wirklich gewesen ich bedanke mich fürs zusehen freunde und halte euch natürlich auf dem laufenden bis zum nächsten mal macht's gut ja